hallo und herzlich willkommen das wird heute ein ganz kurzes video ich will nur den gewinner oder die gewinnerin von meinem 100 abonnenten special gewinnspiel auslosen und zwar versuche ich das jetzt über einen comment picker über übers internet ich habe das noch nie gemacht und jetzt werden wir es einfach ausprobieren also ich habe schon mein video hier eingegeben und dann schaue ich noch also man kann doppelte user für filtern ja dann fangen wir einfach mal an ich gebe jetzt noch die zahl ein da ist der sicherheitsabfrage 8 plus 6 ist 14 und dann gehe ich schon da auf die comments ich habe 31 kommentare auf dem also bei dem video und jetzt suchen wir den gewinner aus also raus ich drücke auf start schauen wir mal habe ich schon einen gewinner ja es ist die miss pink bank der panther liebe lola herzlichen glückwunsch du gewinnst ja im moment bei richtig vielen youtuber oder youtuberinnen besser gesagt herzlichen glückwunsch ich nehme deinen gewinn einfach zu unserem treffen mit und ich hoffe du freust dich also dann ja die lola treffe ich morgen beziehungsweise ich treffe alle von unserem zebra trash paket von dieser runde die wir da haben da haben wir morgen ein treffen und da kann ich morgen dann gleich ihren gewinn übergeben ich hoffe sie freut sich ja das war's schon mit dem video es gibt aber sehr bald auf instagram eine verlosung wieder da könnt ihr natürlich dann auch mitmachen folgt mir gerne auf instagram es ist unten in der infobox verlinkt und ich blende euch auch hier kurz den namen ein ja da gibt es dann das nächste gewinnspiel und ja jetzt brauche ich mich aufs nächste mal und wünsche euch noch einen schönen tag tschüss